Hallo Mitmenschen, heute geht es um die Frage, wie geht es weiter? Aktuell habe ich ja zwei Let's Play Projekte abgedreht, also hier Prince of Persia und Megaman Zero 1 und natürlich einmal dieses Video zu Hatsune Miku, aber das ist jetzt kein großes Let's Play gewesen. Kommt jetzt Megaman Zero 2 im Anschluss? Nein, kommt es nicht, denn wie gesagt, ich wollte ja alle Teile aneinander hängen und damit würde ich, wenn ich jetzt alle auf einmal mache, in einem Stück, würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das könnte nämlich einige Monate schon dauern und ich wollte jetzt eigentlich auch mal andere Projekte nebenbei machen. Also ich hatte es so vor zu machen, immer ein anderes Spiel, dann Megaman Zero 2, wieder was anderes, Teil 3, wieder was anderes, Teil 4 und so weiter, bis ich dann mit allen aktuellen sechs Teilen durch bin. Was wird denn jetzt nach Megaman Zero 1 kommen? Das nächste Projekt ist Patapon, ein musikalisches Spiel, wo man die Patapons eben durch Trommeln, also durch Drücken der Tasten, in den Kampf schickt. Das ist ein Spiel für die PSP. Das Projekt wird aber nicht vor Samstag anfangen. Ich verspreche aber auch nicht, dass es schon Samstag da ist, sondern bloß, dass es nicht vor Samstag kommt. Es kann ja sein, dass es wieder Schwierigkeiten bei der Aufnahme und beim Konvertieren und so weiter alles gibt. Das hatte ich ja schon bei Zero und beim Prinzen, aber das hat ja keiner gemerkt, weil ich ja vorher noch keine Videos hatte, dass sich das immer gerne mal etwas verzögert. Was ist denn noch gerade los? Das Studium fängt wieder an. Ja, in ein paar Tagen, deswegen, da muss ich jetzt wieder hinfahren, packen und alles wieder vorbereiten. Und da das Studium natürlich in seiner Form etwas anstrengend ist und man da jede Woche viel Zeug manchmal zu machen hat, nicht nur vielleicht, man hat viel Zeug zu machen jede Woche, werden die Videos nur noch etwa alle zwei Tage kommen. Dass jetzt jeden Tag mal was kam, das war mehr probeweise oder weil ich da eben im Urlaub war und das sich verzögert hat, dass ich das ausgeglichen habe, dass ich einfach mal jeden Tag hochgeladen habe. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Allerdings werde ich nicht einfach nur alle zwei Tage machen, sondern ich habe das vor jetzt so zu machen, dass ich dienstags, donnerstags und am Wochenende jeweils, also samstags und sonntags, das hochlade. Damit hätten wir zumindest vier Videos die Woche und nicht durchschnittlich 3,5. Und da muss ich mir auch nicht merken, wann ich das letzte Video hochgeladen habe, sondern es sind feste Wochentage. Ich garantiere nicht, dass das immer eingehalten wird, aber ich versuche das. Es kann aber auch sein, dass ich noch ein zusätzliches Video mal hochlade, weil ich gerade Zeit und Lust dazu habe. So gleicht sich im Leben alles aus. Dafür, dass ich jetzt nebenbei im Studium habe und die Folgen nicht jeden Tag kommen, dem guten Beobachter wird aufgefallen sein, dass man kann ja nicht heißt, ich mache hier nur Let's Plays, sondern heißt Let's Plays und ein wenig mehr. Das bedeutet, da kommt auch noch ein wenig mehr. Das ist aber noch alles sehr in der Frühphase. Also, das heißt, man muss dafür musikalische, zum Beispiel brauche ich ja Duldungserklärung, dass ich die Lieder auch mache und ein paar andere Sachen. Da muss ich erstmal ein paar Übungen machen, das alles hinzukriegen. Kleinere Experimente, es wird jetzt nicht viel anderes geben neben den Let's Plays, aber ich wollte da trotzdem ein paar Videos drüber machen. Das wird jetzt nicht schnell kommen, das dauert auch noch eine Weile. Und eben, das werden auch selten nur Videos außer Let's Plays kommen, aber die brauchen halt auch ihre Vorbereitung. Wenn ich jeden Tag Videos hochlade und nebenbei Studium habe, wird da nichts draus. Also, dafür ist gesorgt. Gut, das wäre es eigentlich auch schon für heute. Vorschläge und Meinungen können natürlich gerne in die Kommentare geschrieben werden. Wenn ihr sehen wollt, wann ich ein Video hochlade, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, aber das wisst ihr sowieso. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wisst ihr, was so toll ist? Ich wünsche euch nicht nur einen schönen Tag, denn dadurch, dass ihr euch das Video immer wieder anschauen könnt, kann ich euch jeden Tag einen schönen Tag wünschen. Dann hoffe ich, wir hören uns in einem anderen Projekt oder Video, was auch immer da noch kommen mag. Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.